Wusstest du, dass Hunde Sushi essen dürfen? Falls du zu den Sushi-Liebhabern gehörst, weißt du mit Sicherheit, dass es extrem viel Variationen beim Sushi gibt. Deswegen ist die Frage, ob der Hund nun Sushi essen darf oder nicht, eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten. Fangen wir mal bei den Algen an. Die enthalten viel Ballaststoffe und Präbiotika. Präbiotika sind Stoffe, die die Darmflora deines Hundes positiv beeinflussen können. Also, Algen sind schon mal eine gute Sache für deinen Hund. Auch der Hauptbestandteil von Sushi, Reis, ist für die meisten Hunde wirklich gut bekömmlich. Viele Sushi-Sorten enthalten zum Beispiel Gurke oder Karotte. Das ist auch für Hunde absolut gar kein Problem. Kommen wir nun zu den Fisch-Sorten, die häufig im Sushi vertreten sind. Zum Beispiel Lachs, Thunfisch oder auch Makrele kommt häufig vor. All diese Fisch-Sorten kann dein Hund ohne Probleme essen. Die sind wirklich gesund für deinen Hund, von daher gar keine Bedenken hier. Aufpassen musst du aber unbedingt bei Avocado, denn die ist giftig für deinen Hund. Das gleiche gilt für Sojasauce und Wasabi. Wie wir in einem anderen Video schon besprochen haben, sind viele Gewürze und insbesondere scharfe Sachen nichts für deinen Hund. Also, du kannst deinem Hund sicherlich mal ein Stück Sushi abgeben. Ganz ehrlich, mir schmeckt es so gut, ich esse es lieber selber. Wie ist das bei dir, hast du deinen Hund schon mal mit Sushi gefüttert?